Hallo und herzlich willkommen bei Heid Immobilienbewertung. Als Sachverständige für Immobilienbewertung erstellen und prüfen wir für Sie Verkehrswertgutachten nach § 194 des Baugesetzbuches. Wir bewerten den Verkehrswert bzw. marktfähigen Preis Ihrer Immobilie. Unser Büro in Nürnberg-Mittelfranken ist spezialisiert auf die Wertermittlung von Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien sowie Sonderemmobilien. Gerne beraten wir Sie bei rechtlichen sowie inhaltlichen Fragestellungen Ihrer Immobilie. Kontaktieren Sie uns in unserem Büro, um weitere Informationen zu erhalten.